ok haben wieder volle energie und 73 warum geht die tür jetzt nicht auf was muss ich denn jetzt noch umlegen ok im moment da haben wir einen oh ich sehe schon der gegner ich treffe sie nur nicht oh energiezellen ich will die energiezellen was wieder raus da ist heiß das absurde ist schon genug oh na ihr wollt mich echt quälen in der map kann das sein komm treffe ich dich oh komm stirb hahaha geht doch und oh ich bin so gut wie tot stelle ich fest dabei helf helf munition brauche ich doch noch mehr helf und wo muss ich denn jetzt wieder lang da lang muss ich da lang ne warte ne hier gehts so nicht lang und wo muss ich denn dann lang es passt so sein nachbarn will kommen also echt mal ich hab keine ahnung wo ich lang muss helf nehm ich gleich mal mit ok mal schauen und mal das sind keine gegner einfach nur weg gehen hm vielleicht wenn wir jetzt boah es heißt nein geht nicht auf es geht nicht auf ach was sagt denn die map die map sagt uns dass wir da hinten nicht rein gehen werden nein da sterben wir nun hey ist die wand da echt ja sie ist echt oder boah wo ist denn jetzt schon wieder hey wo kann man denn sonst doch lang gehen das heißt der die map ist auch verpackt hm ich befürchte es dass wir diese map auch wieder nicht ohne cheat schaffen kann hm nie wieder ne beta nie wieder was ist das für riesiger kreis ey kreis ja es ist ein kreis kein quadrat ich soll ins bett gehen ok also wir waren wir waren da weg 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 geh weg rakitten komm ich will nicht sterben wenn sie auf mich zufliegen sonst sterb ich noch mit nach ihnen geh weg ich bin doch fast schon tot ich will nicht sterben noch nicht so medkit nein 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 z z weil das ist y z ist y ja nicht daran dass die amerikaner keine tastatur bauen können so ist keine richtigen oh einmal rein schießen nicht gereicht egal ich schieße lieber zweimal rein so und jetzt jetzt und muss noch ein paar energiezellen ja wir brauchen sie nicht mehr egal schönes mal vorbeigeschaut haben und ich habe einen leichten husten stelle ich fest lolala aufwärts so und jetzt jetzt bestimmt dann auf und darauf und ja ich kann die gegner schon sehen ich sehe dich schau mir ins auge baby ha blick des todes du hast da was im auge oh ich höre jetzt lieber auf in den schlechten wortwitzen die sind nicht lustig so ok A ist jetzt da lang Raketen noch mehr Raketen ohne ohne nicht du schon wieder stirb stirb ok naja habe ich fast schon gedacht dass wir jetzt dahinter müssen oh hör die mapbombe halt mal auf ja komm ja 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 ich mochte die map überhaupt nicht hm das müsste jetzt glaube ich map 25 gewesen sein 英主 oh huuuhuuhuuuuhhhhhh weiii oh 28 90 oh oh was soll man dir in 2 min 30 schaffen ihr spinn doch Blutfälle, oh ja, toll Ich mochte Wasserfälle ja noch nie Da ist mir Blut schon lieber Und was? Hä? So Okay, da haben wir wieder Hellweil Das Blut tötet mich, war ja klar, es tötet mich Was zur Ja Guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen Es ist einfach zu spät Ich mach dann Weiter, wenn ich rausgeschlafen hab Also bis dahin, auf Wiedersehen